Und weil wir sagen, wir müssen, was die Vertrag ist, nicht zu tun. Was machen wir alles, nicht zu tun? Wie ist Christus eigentlich? Voll. Ja, nur. Als Mr. Hoffmann, der Staball, diesen Vertrag vor 20 Jahren untersucht, weil er diese nicht klar war, aber man konnte ahnen, dass Mr. Hoffmann ist ein Kuhlscher. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Und jetzt müssen Sie sich entschuldigen.